Moin, willkommen zu einem neuen Video aus dem O-Game-Universum La Certa. Wir sind in der 43. Woche und es sind 355,9 Millionen Punkte geworden bis jetzt. Das sind 13,6 mehr als letzte Woche. Das ist ganz okay und wie man hier auch sehen kann, das sind meine, ja, die letzten zwei von drei, äh, Kristall 35 Minen, die noch ausgebaut werden. Dann bin ich damit auch durch und, ja, dann habe ich da auch diese wieder um einen erhöht, um einen Level. So, dann sieht das nämlich so aus und, ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ähm, natürlich wäre es dann eine Idee, gleich auch, ähm, Deut ein bisschen höher zu ziehen. Das könnte ich machen, weiß ich aber noch nicht, ähm, da ich eigentlich auch in die Lebensform noch ein bisschen reinstecken wollte. Denn da hänge ich jetzt so ein bisschen fest, weil ich keine Artefakte habe. Das ist das Problem im Moment. Ich habe ja jetzt auf T6-2 ausgebaut. Das könnte man, warte mal, das können wir ja auch hier da sehen. Okay, hier sieht man nochmal die Minen, ne, so sieht das aus. Die letzten beiden sind hier daher noch in Bau. Und die ganz letzte, die wird dann jetzt morgen oder sowas angeschmissen werden, wenn ich den genug Rest habe. Aber, was ich zeigen wollte, wäre eine Lebensform. Hier, da sind wir bei Tier 3 jetzt angekommen und, ähm, habe da so die Transporter so ein bisschen gebufft. Und die anderen könnten hier schon auslösen, aber ich habe da keine Artefakte mehr für. Ich habe ja meine Artefakte alle verballert quasi, um hier in, boah, wo war denn das? Äh, T2 war das hier irgendwo. Das zu tauschen auf, ja, hier unten. Also die, ähm, ich glaube, das war Sensor oder irgendwie, was war das? Oder sechster Sensor war das oder irgendwie so, um dort die Ex-Poress-Funde zu erhöhen. Habe ich alle rausgeballert. Und jetzt muss ich natürlich immer welche farmen, um dann wieder hier die freizuschalten. So. Mir fehlen dann hier unten die, äh, fünf Planeten noch, aber die anderen sind dann alle, alle auf sieben oder acht oder irgendwie so, ne. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich jetzt richtig schöne, große Transporter habe. Äh, also, ich finde das ganz praktisch, wenn wir da, also wenn ich da ein paar große Transporter habe, äh, das spart Deut. Auch natürlich bei Expo, Expo-Flotten spart das dann eine Menge Schiffe, wenn denn da ein Totalverlust sein sollte, ne. Das heißt, jetzt ist der Laderaum bei 85.636, das ist schon ganz gut so. Und das wird natürlich immer noch weiter ausgebaut. So, wir können jetzt hier gucken, ähm, ja, ich ziehe gerade ein bisschen zusammen, das ist aber egal. Ähm, dass da auch ein bisschen noch gebaut werden sollte. Die Minen vergesse ich natürlich nicht. Ich will die Minen auch weiter ausbauen. Und, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass Deut vielleicht auch Chris nochmal ins Hoch gezogen wird. Weil so teuer sind die ja nicht, ne. Also, das geht halt jetzt noch alles. Wie gesagt, die ist noch im Bau. Hier, 480 zu 160, das ist halt wirklich nicht viel. Und ich hatte, ich habe ein bisschen Chris hier Überschuss, sodass ich da eigentlich auch die ganzen Deut, ähm, schnell um ein Level nochmal erhöhen könnte. Und, ähm, also 35 wollte ich auf jeden Fall haben. Dann hier, weil dann habe ich wieder nur 9 Unterschied. 10 ist immer eine ganze Menge, mehr als 10 wollte ich nicht. Deut kann man immer noch ein bisschen erhöhen, kann man immer gebrauchen. Ähm, und dann, wenn denn auch die Metall auf 45 sind, dann könnte ich so langsam mal in Angriff nehmen, dort, ähm, Astro 27 zu forschen. Also, die Öko noch ein bisschen pushen. Dazu natürlich auch die Lebensform so ein bisschen, ne. Aber, ähm, also ich wollte unter der 45 wollte ich eigentlich nicht die Restpakete für Astro 27 dann opfern. Ja, das wollte ich nicht. Wäre aber auch möglich gewesen, besonders wenn man jetzt sieht, dass ich über 6 Milliarden in der Woche, ähm, na, äh, Produktion, äh, ja genau, 6 Milliarden in der Woche produziere. Aber das sind halt alle Buffs jetzt immer noch durch die ganzen Belohnungen, die man halt hat, ne. Ähm, das wird dann natürlich auf lange Frist nicht mehr der Fall sein. Aber, wenn denn in Zukunft irgendwann dann wieder so ein Buff ist, ne, wenn denn meine Minen dann alle auf 45 sind, dann könnte man sich das natürlich mal antun, genau während dieses Buffs dann eben die Restpakete einzulösen, ne. Auch macht es jetzt natürlich Sinn, ähm, durch die, ähm, erhöhte Ladekapazität meiner Transen, die auch immer noch weiter ausgebaut wird, äh, weil ja noch 5 Planeten fehlen, ähm, das zu nutzen. Hm, ne, also, ähm, das kriegt man ja hinterhergeschmissen teilweise. Mit Glück ist es dann der, keine Ahnung, der, ähm, der Offizier, der auch dann die Minenproduktion erhöht und alles Mögliche dazu, dass man den kompletten Buff eben hat, damit man da dann die Restpakete sehr schön einlösen kann. Aber es dauert noch, deswegen will ich erstmal nochmal, also Metall auf jeden Fall auf 45. Und Deut, ja, Deut kann man auch noch ein, zwei Level machen oder sowas, Chris weiß ich nicht, aber das ist erstmal nicht so wild. Naja, gut, also, so sieht das im Moment aus, ähm, lustigerweise wird ja, ohne einen Termin zu nennen, weil der auch selber nicht genannt wurde, irgendwann das Deut ins TF eingeführt werden. Da bin ich auch mal gespannt, ähm, denn da könnte man dann natürlich wieder komplett auf den Schrotthändler verzichten. Es sei denn, man will irgendwelche, ich sag mal, Verteidigungsanlagen schrotten oder irgendwie sowas, ne, aber flotte schrotten macht dann gar keinen Sinn mehr, das über den Schrotti zu machen. Es sei denn, man braucht irgendwie, keine Ahnung, eine Million Chris oder irgendwie sowas und man hat die Spios rumliegen, dann macht man das eh mal schnell. Aber, ähm, ansonsten, äh, sind wir jetzt auch in der Allianz da, äh, am überlegen, wie wir dann das am besten ausnutzen können, ne, mit gegenseitig flotte Schrotten und so weiter und so fort. Und, ähm, mal gucken, was da denn rauskommt. Aber da steht halt noch gar kein Termin fest, also da müssen wir noch mal gucken. Ja, also, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es so läuft. Ähm, so ein, zwei, drei Minen am Tag, ähm, kann ich durchschicken. Raumschiff, Panzerung ist auch in drei Tagen fällig. Da muss ich dann mal gucken, was ich dann an Rest noch so zusammenkratzen kann bis dahin. Wie gesagt, eine Mine fehlt dann eben noch hier unten. Und dann kann ich ja eigentlich schon mal anfangen zu sparen für die drei Tage. Ich kann jetzt leider nicht das Forschungsevent mitnehmen, diese 25, ähm, weniger, weil eben meine Raumschiff, Panzerung noch zu lange läuft. Ähm, ich könnte vielleicht die Raumschiff, Panzerung verringern, äh, also niedrigen von der Zeit her durch irgendwelche Items oder sowas. Aber, also, um wirklich ehrlich zu sein, äh, ich weiß halt nicht, was ich hier im Moment jetzt wirklich dringendes an Raum, also an Zeitverkürzungen nutzen müsste. Denn, wie gesagt, ich habe auch nicht im Moment so die kompletten Ressourcen, um da irgendwas direkt jetzt anzuklicken. Ne, also, das geht nicht. Also, ich, mit, ja gut, also, man könnte, ja, Waffentechnik habe ich nicht. Das könnte ich aber zusammensparen in zwei Tagen, kein Ding. Ja, das wäre auch möglich, also Schildtechnik wäre möglich, das könnte man machen, aber da würde ich halt sechs Tage durchziehen. Da brauche ich das nicht zu verkürzen, ne. Also, verkürzen bringt natürlich viel bei diesen langen Geschichten hier halt dann, ne. Ja, also, das könnte ich auch machen. Plasmatechnik, das wäre auch eine Möglichkeit, aber das dauert auch nur zwei Wochen. Deswegen, äh, pff. Ja, naja. Ja, also, ja gut, Energietechnik, da brauche ich noch ein bisschen mehr, Chris, dazu. Drei Wochen, also fast vier. Da könnte man natürlich vielleicht mal die 25 mitnehmen, aber habe ich im Moment halt nicht die Ressourcen. Deswegen, mal gucken, was da so weitergeht. Ja, eigentlich ganz zufrieden, ähm, das läuft, ähm, und dann schauen wir mal, ach, das, was ich, das Einzige, was ich noch zeigen wollte, das waren, ähm, die Expeditionen, und ich hatte, äh, hier, das war am 19.08. Mein größter Topfhund von Metall jetzt gewesen, und, äh, ja, hab ich gar nicht so mitgekriegt. Und am 1.9. nochmal 128, also auch schon mehr als diese 120, die ich halt vorher hatte, ne. Und, ähm, jetzt, äh, 58 Millionen, na gut, das ist auch schon ein bisschen her. Ja, aber hier kann ich jetzt 156 finden, das ist halt auch noch nicht komplett ausgebaut, ähm, aber, äh, weil ich erstmal so die auf, äh, T6.2 ausbauen wollte, und, äh, wie gesagt, Artefakte fehlen mir, deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig. Aber so sieht das im Moment aus, und, ähm, ja, dann schauen wir mal weiter, wie das dann weiterläuft. Ich denke mal, das, ähm, wird sich dann zeigen, und ihr würdet das dann nächste Woche sehen, ne. Also, bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.